Hallo zusammen, es wird mal wieder Zeit zu streamen und zwar am 19.8., also jetzt am kommenden Freitag, möchte ich gerne von 15.15 Uhr bis 21.15 Uhr streamen. Das letzte Mal haben wir ja New Super Lucky's Tale abgeschlossen und wir fangen dann diesmal mit Knack an für die Playstation 4. Danach geht es nicht mit Snake Pass oder Snake Pass weiter, sondern wir fangen mit Trine 4 an, da ich Snake Pass oder Pass oder wie auch immer das Spiel ausgesprochen wird. Das muss ich für mich zocken. Ich kann dann nicht im Stream zocken, ich brauche da meine Ruhe für. Ja und nach Trine 4 machen wir mit The Room VR weiter und so wie ich das eben gerade in der Aufnahme gesehen habe, werden wir es vielleicht auch schon mit enden. Mal sehen, was da auf uns noch zukommt. Ähm, ja, dann hoffe ich, dass wir uns dann am Freitag auf Twitch sehen und, äh, ja, bis denn, ne? Tschüss!